Die Straße ist auch überall hingeklebt, ne? An die Wagen, an jeden Pfosten. Reserviert, okay. Ist eine äußerst dünne Straße. Ach, hier ist er ja schon. Er hat ein Auto! Mit einer halbkaputten Scheibe! Ich mag dein Auto. Erinnert mich ein bisschen an mein Auto. Es ist zwar nicht dieselbe Farbe oder dasselbe Modell, aber alt, kaputt und trotzdem eine wandelnde Maschine. Die immer noch lebt. Oh, Max! Get your ass over here! Und da ist Warren. Er hat eigentlich eine verwendete Auto? Was ist, Max? Wie geht's dir? Hier ist dein Flash. Danke. Keine Probleme. Check out my new wheels. Cool. Very old school. 1978 to be exact. Now we can go to the drive-in. There's one in Newburgh, just 60 miles away. You're in the wrong time, Warren. But then, so am I. You okay? It's been one strange fucking day. Man, I saw that Victoria didn't take down that pic of you on Facebook. Made your bitch move. Äh, ach, kein Problem. No worries, Warren. I took a sweet shot of Victoria. I can't wait to share. Oh, score one for Team Max. It'll be so karmic to see your ass clown face all over the interwebs. I guess she does deserve it for all the shitty things she's done to people here. So did you get a chance to check out the movie booty on my Flash drive? Äh, ja, danke, komm. Ich weiß nicht, was man will, aber... Wohl nett sein. Kannibalischer Holocaust. Alter! Also, ich würde jetzt generell selber sagen, das geht gar nicht. Aber es sind die Amis. Jetzt ist natürlich wieder ein anderer Punkt da. Die Amis denken vollkommen anders darüber. Oh, Junge! Äh, ja gut, ich versuche mal so ein bisschen so zu denken wie ich und sage, das geht mal gar nicht. Ich bin ein bisschen abgelenkt von dem Fliegen, tut mir leid. Äh, äh. Faster Pussycat Kill Kill. Ach, im hinten, nee, das ist ein Eichhörnchen. Äh, ja, komm, wir vertrauen ihm mal. Ich vertraue ihm einfach mal. Äh, äh. Äh, äh. Äh. Äh, 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 äh. Moment, 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 Moment. Warum hat der Direktor denn unseren Namen gesagt? Ist er irgendwie behindert? Ist er nicht irgendwo eine gewisse... Ist er nicht irgendwo eine Geschweigepflicht? Ich weiß, dass du hier bist. Aber nicht mehr spiel mit mir. Ich bin nicht noch nie. Ich habe hier seit Jahren leben. Dann solltest du wissen, dass Prescott das Geld gewinnen. Dann kannst du nicht über mich über mich über mich über mich über mich über mich über mich. Nicht analysieren mich über mich. Ich bezüglich Menschen dafür. Über mich über mich über dich, Max Caulfield. Geh ein Schritt zurück, Nathan Prescott. Oh Mann, du sagst mir was zu tun? Geh weg von ihm, Mann! Hey, lege ihn allein! Niemand sagt mir was zu tun! Nicht meine Eltern, nicht der Präsident, oder der wöchsten in der Büchern! Max? Chloe? Chloe? No way, you will again! Warren! Go, go, I got this! Get in, Max! Get your punk asses out of there now! Don't even try to run! Nobody! 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 Yeah. Man, Nathan Prescott is messed up and dangerous. This day never ends. Oh, and thanks, Chloe. After five years, you're still Max Caulfield. Don't give me the guilty face. At least pretend you're glad to see me. I am seriously glad to see you. Oh, and thanks, Chloe. It makes perfect sense I'd see you today. Yes, it's been that kind of day. Okay. So what did that freak want with you? Ah, Gott, was wollte er von mir? Ich tue mal so, als wenn ich, äh, nix wüsste. Aber wobei, vielleicht hat der Direktor es ihr auch gesagt. Wobei, nein, ich habe ja sie nie erwähnt. Also, sag ich mal, keine Ahnung, was er wollte. Ich habe keine Ahnung, ich weiß, er ist ein Prescott. Und ein Arschluss. Dein Freund hat wirklich für dich gestohlen. Warren? Ja, ich habe ihm viel Zeit. Du bist nicht der einzige in der Tod. Und du hast bereits Probleme. Ich dachte, es wäre hier so kalt. Es fühlt sich so weird, zurück zu sein. Also, ich glaube, Seattle hat hart hart geklaut. Äh, Seattle hart. Was ist Seattle gewesen? Ich schätze mal. Äh, bin ich für Blackwell zurückgekommen? Oder bin ich für den Lehrer zurückgekommen? Weil, äh, wir sehen ihr ja irgendwie schon als Teil des Vorbilds an. Äh, sagen, wobei. Wenn wir jetzt sagen, für Mark Jefferson, dann denkt die vielleicht, uh, ist da was? Und, hm, wie sie auch die ganze Zeit ihren Kopf hin und her bewegt. Selbst ich bin bei Autofahren nicht so hebelig. Ich sage einfach mal natürlich. Natürlich. Es ist einer der besten Fotografie-Programme im Land. Und mein Lieferer, Mark Jefferson. Es ist, es ist verständlich, dass sie sauer ist, jetzt auf einmal. Es ist vollkommen verständlich. Ähm, gut, sie wollte es, aber sie hat es nie gemacht. Also, der Wille ist da, aber, ja, ist nicht gut. Soll sie halt mal, ich kann verstehen, dass sie sauer ist. Und eigentlich sollte es mir auch leid tun. Deswegen machen wir das auch. Also, ich bin so sorry. Ich weiß, dass Dinge schwer waren für dich als ich sauerde. Wie du wissen, dass du nicht hier warst? Ich habe nicht gesagt, dass du nicht hier warst. Ich habe nicht gefordert meine Eltern zu移, specifically um dich zu verabschiedern, Chloe. Du bist bei Blackwell für ungefähr ein Monat, ohne mich zu wissen. Enough gesagt. Ich wollte nur erst einmal in den ersten Mal, und nicht so ein klisch, klischee-geek. Ich würde totalerweise kontaktieren. Ich hoffe, dass du nicht diese schmerkungen an Mr. Jefferson verwendest. Du sie nicht an mir, Mats. Trailer time My step-douche has a boatload of tools. Maybe you can fix it in my place. I need very specific tiny tools. Nerd alert. My step-dad has a fully stock garage, and he actually is a tiny tool. Welcome home, Max. Is that your own house or your parents? Or maybe your uncle? Don't be shy. The house looks still nice. Home, shit, home. My room looks a bit different than the last time you saw it. It's cool. At least we can chill out. This isn't exactly my chill-out zone. My step-fure makes sure of that. Come in and close the door. Put on some music while I medicate. Hübsches Zimmer. Und am Rauch natürlich die Dame. Gut. Aber nach 1 Stunde und 20 Minuten will ich erst mal sagen, mache ich hier einen Cut für mich. Interessantes Spiel. Also, ich habe bisher, was solche Spiele angeht, sehr wenig Erfahrung gesammelt. Ich habe vielleicht mal Until Dawn gespielt ein bisschen. Das war es aber auch schon. Und das Spiel sieht interessant aus. Und ich werde mal gucken, was mich hier noch sonst erwartet. Und ich würde sagen, Leute... Ich würde mal sagen, Leute, ich bedanke mich fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal. Habt noch einen schönen Tag. Bewert den Part. Und die Parts davor. Hehe. Und... Masala Vista! Baby! Mit пов missing. popular Vista! Fabian B collector. Vielen Dank.